So, da bin ich wieder. Und jetzt guck ich mal, ob ich da noch entweder Stein-Pokémon hab. Weil Stein ist da im Vorteil. Aber da müsste ich's, glaube ich, auch trainieren. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Geh mal ins PC. Ich glaube, ich hab da und ich hab da eine Schreiter. Da bräuchte ich echt ein Stein-Pokémon. Warum hab ich mir keinen kleinen Stein gefangen? Wieder Blödheit von mir. Stabonitor. Was hat denn das? Stahlgeist. Ha, ist Stahl... Obwohl, Gestein ist gut. Stahl, Gestein ist ja... Aber Stahl ist blöd. Gegen Dings-Attacken. Aber Level 9, alter, Level 9. Aber meistens, weil ich da trainieren müsste. Und dann 패thle. Gut... Ach nee, warte mal... Das wird ein hartes Eisen hier, Makushita, Level 11 kannst du vergessen. Das wird ein hartes Stück werden auf jeden Fall. Oh mein Gott. Dann drück mir mal wirklich die Daumen, dass ich das schaffe. Weil das kann hart werden, wie gesagt. Oh mein Gott. 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 Auch wenn ich nicht viel zu verlieren habe, aber ich meine, wenn es nicht effektiv ist. Ist das dein Ernst? Alter! Nein! Ich trage meinen Sätzen. Ich will den wegkriegen. Wird ein harter Kampf werden. Ja genau, jetzt machst du einen Volltreffer, du Vollpfosten, oder was? Boah! Blöde... ...Drecks... ...Kack! Ich finde hier keine Worte für, ey. Ist das dein Ernst? Das kannst du vergessen hier schon wieder, ich... Ich will doch nicht! Kann man das nicht? Das müssen das Menü so werden. Hat er wieder Schaffen. Das ist ehrlich. Ja genau! Blöder! Blöder Dreckswichser, aber geht. Kann ich doch nicht schaffen. Nee. Vergiss es, ey. Meine Fresse, ihr. Bis gleich, Leute. Oh, da bin ich wieder. Ja, was mache ich jetzt? Was... Was soll ich jetzt machen? Sagt's mir, Leute. Ich könnte mir noch ein Stein-Pokémon fangen und das trainieren, aber... Hä? Müsste ich ja wieder in der Höhle rein und... Ich will mir erst mal Stein-Pokémon fangen. Ähm... Bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir wieder. Ich will mit kleinen Stein-Pfangen. Oh mein Gott! Oh, der Level 6! Ist das dein Ernst? Warte, den muss ich mir noch als Pokémon holen, ganz ehrlich. Weil das... Das besiege ich ja. Genau. Bitte bring es nicht um, bitte bring es nicht um, bitte bring es nicht um, bitte bring es nicht um! Bitte bring es nicht um! Äh! Verdammt! Alter, dann muss ich ja... Man! Kann ich vielleicht irgendwie... Mit irgendwas... Aber die sind alle zu stark! Obwohl, Tackle... Tackle geht. Tackle dürfte... Ist ja uneffektiv. Tackle dürfte noch gehen. Ja! Ja! Nochmal! Ja, nochmal, nochmal, nochmal! Nochmal! Ja! Super! Na komm, dann brauch ich keinen Pokémon wechseln. Was... ein bisschen... Zeit kostet... Krass! Cool! Sooo! Dann greife ich mir mal in die Hose und in meinen Beutel rein einfach. Ja, für dich nämlich ein Superball. Ist es mir wert. Und bleibt auch drin. Juhu! Ein Trang Boden ist angelegt. Alter, das ist ja Level 6, ne? Oh, Alter, wie ich das trainieren muss. Ja. Ähm, dass du dienen wohnst. Passt sogar. Ist auch ein Abonnent. Halt! Ähm, R... O... S... So! Ich werde es nicht in der Box haben. Ich will das, äh, trainieren. So. Dann werde ich mal ins Pokémon-Center gehen und das... Pokémon eintauschen. Warum mache ich das? Na, kann doch nicht schaden. Das ist... Das ist... Weiß ich nicht. Instinkt. Der In, der stinkt. Weißt du? Der Instinkt. Weißt du? Okay. Pokémon ablegen. Wenn ich mal das... Ablegen. So, nehmen... Kleinstein mit... Weil das ist... Einfachste, was ich jetzt noch machen kann. So, muss ich jetzt noch trainieren ohne Ende. Das muss ich... Das muss ich auch offscreen machen, weil ich will ja nicht langweilen. Am schnellsten. Ähm... Nun, wo soll das hingehen? Oh, ich hab... Pico schon wieder zehnmal durchgenommen. Alter! Fahr mich einfach zu Graffleport City und dann ist gut. Meine Fresse. Alter, kann ja schnell fahren. So. Ahoi! Wir haben in Graffleport City angelegt. Und wenn du... Und wenn du dein Pokémon trainiert hast... Oh, dann hab ich Pico wahrscheinlich schon wieder hundertmal durchgenommen. Mh... Oh, ja. Mh... Alter! Du kriegst da eine Schelle. So. So. Dann will ich mal so Gras besuchen einfach und dann... So. Ich werde dann mal... So, muss ich auf... Auf den ersten legen hier. Tausch. So. 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 Level acht. Naja. Nur so, ich brauche ja nur noch zehn bis zwölf Level. Das geht ja noch. Mach ich doch... Mach ich doch... Mach ich doch... Schüttel dich doch aus der Hand, die Level. Alter, ich kann so kreuzen, ganz ehrlich. Na gut. Ich melde mich dann.. Bis... Das Auf... Biss a neudern... Bis gleich. So. Ja, was geht's ... Zwischendurch. Die Trainer habe ich auch noch nicht drin. Tag. Fesse! Wieso? Wieso hab ich dich schon überzeugt? Hat ich ... Hat ich ... Wieso hab ich dich schon ... Du ... Hä? Ach ja, habe ich ja... Äh... Habe ich schon alles erledigt? Ist das dein Ernst? Tazawa. Ähöhöhöh. Mensch. Muss ich beim anderen gehen? Ging das doch gar nicht? Muss ich doch laden, oder? Mensch. Ah, jetzt habe ich das gar nicht gewusst. Na gut. Dann trainiere ich mal weiter. Ähm, ja. Bis später, Leute. So. Weiter geht's. Ich habe zwar noch nicht fertig trainiert, aber Trainer können wir auch noch machen. Dies ist mein Lieblings... Dies ist mein Lieblings-Pokémon. Zeig mir, wie mein Leben aufregender werden kann. Ja, mach ich gleich. Ich werde noch austrieben. Ah. So. Usana. Cystallia. Wäre wohl schon mal gut. Ähm, dann werde ich Zyko einwechseln. Jupp. Halt. Oh Gott. So. One... Ne, kein One-Nate-Kill. Oh. Blödes Drexie. Blödes Drexie. Blödes Drexie. Blödes Drexie. Du musst schon wieder das Frogemonsterennen da erst. Ist doch nicht dein Ernst. Yay, steig gut. 195 EP. 195. Stehe. Das Qualwohl. Ja. 126 EP. Schön. Moment. Hattest du auch genug Zeit, dir mein Pokémon anzuschauen? Ja, in dessen ich es besiegt habe schon, ne? Oh. Ich. Also das war mir zu viel Aufregung. Alter. Geh dich mal waschen. Du hast schon Schimmelsporen um dich kreisen. Das ist ja ekelhaft. Wie widerlich ist das denn bitte? So. Ähm. Jo, dann werde ich nochmal das Buchmannscenter. Ganz fix. So. So. Dann werden wir noch ein paar Kämpfchen machen. Oben. Gibt es ja noch welche. Doppelkampf. No, kann man machen. Moin. Kommst du aus Maltmo City? Dann steckst du bestimmt voller Energie. Ja. 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 Ich habe ein bisschen an eine Steckdose gelutscht. Deswegen bin ich voller Energie. Nehmen Steckdosen schlafen ist schon schön. Muss in den Giga laden. Das ist man am frühen Morgen. Auf jeden Fall. Brauchen wir keinen Kaffee mehr. Jemand der einfach ungert ist wie ich. Äh wie ich es bin. Der kennt kein Mitleid. Geh dir doch einen Döner holen oder so. Mann. Ich habe gleich Mitleid mit dir. Weil du dir nach dem Kampf keinen Döner mehr leisten kannst. Wollte mir das ganze Geld gibst. Hahaha. Kamau. Oh Kamau ist schon mal super. Mensch Beppo lässt. Lass die mit Ross nochmal sein Geräusch zu Ende machen. Alter. Ist ja unfassbar. Wie unhöflich. Wenn er Beppo ist. Naja dafür ist das ein Beppo. Ne. Gut dann. Werde ich mal tauschen. Gegen Suyo. Beppo kann. Den kann man auch ein bisschen. Bisschen waschen. Schön waschi waschi machen. Und mal wer dazu zitieren. Ja der ist gewaschen. Der ist jetzt schön sauber. Siehste der geht auch gleich. Das ist schön. Das freut mich. 112. Level zwölf. Level zwölf. Das läuft ja langsam. Wow. Level 26. Hatten wir. Hatten wir zwar schon 10 mal. Oder. Naja. Egal. Tun wir einfach so. Als wäre das. Level 26 neu. Oh. Volltreffer. Schön. Das ist ja super. 82 EP. 82. 82. 82. Okay. Das vielleicht nicht. So. Hat sie irgendwie. Hat sie irgendwie Homo angehört. Das. Das vielleicht nicht. Ne. Das. Da muss man aufpassen. Grummel. Ich grummel ja in die Mitte. Die nehme ich mir mal. Wow. Nelix hier. Na ja. Mach ich mir was zum Verholfen. Ist hier irgendwo noch einer. Was ist denn. So der ist hoher man. Das ist immer irgendwas. Ich habe die Familie Sieges herausgefordert. Und vier mal hintereinander. Bekämpft. In der war ich kaputt. Im Kopf oder was. Alter. Geht doch so weg. Was hier noch irgendwo hin. Was. 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 Das ist. Das ist. Das ist. Ich muss gleich den. Ghostbusters rufen. Klau mir nicht meine Witze. Ich mag dich. Ich. Und um pedo. Wie ekelhaft. Wie ekelhaft ist er denn. Und der hat sogar noch ein Kind. Wie ekelhaft. Ah. Ein schwallby. Entschuldigung. Wollte nicht. Schwallby nie. Da ist der Elektro gut. Gut dass ich Winter hier habe. Ähm. Tauschen. Wir machen mal Funkelsprung, weil das sehr effektiv ist. Ich bin mal so schlau und werde es trotzdem einwechseln. Ist zwar ein dauerndes Wechselspielchen hier, aber so kann ich in wenigstens leveln. Ne, also verzeiht mir dies. Was hatte der? Ich nehme das zu, Junge. Ach, es geht so. Okay. Ich will nicht, dass du mit deiner Rute schlägst. Ich hoffe mit der hinten. Wäre sonst ein bisschen ekelhaft. Gewonnen, hittet. Hundertzwei. Yay, Level 13. Deswegen tausche ich die mal ein. Sickes Victor. Ah ja, du bist stärker als ich dachte. Alter, hör auf mich an zu bumsen. Das ist ja ekelhaft. Nimm dein Anges Kind. Nee, du bist aber 10. Das andere ist doch gar nicht geschlechtsreif. Ja, ich schon oder was mit meinen 10 Jahren? Was geht mit dir nicht? Ekelhaft. Hey ihr. Ich habe einen starken Trainer gefunden, der sie auch mal durchnehmen lässt. Alter, lög doch nicht rum. Blöder Kerl. Ja, jetzt kommt ein Vibe, ne? Weil... Naja. Oh, du meine Güte, bist zu jung. Aber ich nehme dich trotzdem durch. Ich will nicht durchgenommen werden. Du musst ein sehr guter Trainer sein, wenn du meinen Mann besiegen konntest, der auf Kinder steht. Ja. Nun, ich bin an der Reihe. Welche Reihe? Was für eine Reihe denn? Eine Herausforderung von Sieges Victoria. Ja, Victor und Victoria, ne? Das passt ja auch zusammen. Rosalia wird von Sieges Victoria in den Kampf geschickt. Geemon Box. Hm. Psycho. Komm. Mega Sauger. Ich habe auch einen Mega Sauger, den habe ich im Schrank stehen. Ein schöner Staubsauger heißt. Hm. Naja. Kampf! Zustrahl! Gewohnen, Hitit! Genau. So muss das. Duren Wars L 276 EP. Ach nein! Ich komme nicht drüber hinweg, wie stark du bist. Ja. Denn wir heulen. 86. Hier draußen ist ein starker Trainer. Ein wirklich starker, sage ich euch. Du bist stärker als Mami? Wow. Aber ich bin auch stark. Wirklich. Ganz ehrlich. Alter, denn Lappen bin ich voll und komm zur Sache. Meryl. Schon wieder ein Fußball. Alter. Guck da, schon wieder ein Fußball, ey. Ganz ehrlich. Ich will nicht gegen Fußbälle kämpfen. Ist so ekelhaft. Ekelhaft nicht, aber blöd. Ähm. Ich setze den Fußball mal unter Strom. Fußbälle unter Strom setzen ist immer sehr effektiv. Ist das dein Ernst?